so ok auf zur Bushaltestelle, den Weg da unten müssen wir so nachher lang gehen du ich helfe gerne um ein pokémon wenig auslauf zu schaffen schau mal die pokémon hast du die rote öppel vorzunehmen? nein mache ich nicht also nein alter sind es leicht und gegen aus meinem verschluss ist es wenn wir sagen äh bla 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 findest du hier erscheint den Weg ja aber gern doch meine achtflöße müssen irgendwo stecken ok pokémon sammeln kriegen wir hin bam 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 nein es bringt eher nicht so Glück du da wo brennt bin ich zur stelle ein Feuerwehrmann also hast du auch ein Schicki dabei? nur wenn du ein Schicki dabei hast du bist ein richtiger Feuerwehrmann hackt der nicht naja ein Auktyl ist auch ok da 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 Garados ist irgendwie unterlevelt Und er levelt. Mein neues Ausfield ist awesome, nicht wahr, Garadas? Oh, war Strahl. Okay. Alter, das wär mal das Sterben. Nicht so richtig, jedenfalls. Wir brauchen Englisch-Drachen-Tanz. Bin ich schad dafür. Yay. Das Feuer, das immer brannte, ist erloschen. Da. Schlöpfer, schlöpfer. Velo. Fangen gelaufen. Warte. Du. Bam, bam, bam. Genau hier kann man sich heilen. Wunderbar. Bam, bam. Und da ist ein Pokémon drin. Okay. Bam, bam, bam. Krabbox. So. Garadas wird sie vernichten. Das ist, glaube ich, Kampf. Also, Käferkampf. Bam. Okay. Yay. Ich meine, ich nutze die Ruhe quasi gar nicht. Aber egal. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Da hinten ist es. Oh, Alter. Ich sehe es da. Schnuppa. Welo. Wie ist der Form gelaufen? Rennen ist er sich die ganze Zeit weg? Nein. Ibitak-Angriff. Bam, bam, bam. Ibitak. , nam, 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 nam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Eiszahn Gewissheit, wie es einfach schneller ist Wunderbar 36 So Okay, kann man mal machen Du da Interessant, interessiert mich für Pokémon Und interessiert mich für mich Ich interessiere mich eher für Pokémon Ich habe dich gefriendzoned Ha Mit ein Wati, okay Dann soll ich nicht unbedingt mit Garadas kämpfen Sondern eher mit Eigentlich mit Sabrina Bodycheck Oh je Das macht auch kein Damage OP Pamparos Ist OP Yay Yay Löffel 29 Da ist eins Das Velo ist davon gelaufen Da ist noch eins Velo Sie ist davon gelaufen Top Top Belebbar Okay Duda So ein Bus kann auf den Schlag ganzen Gruppen von Menschen transportieren Ich wollte Man bräuchte eine Härte von Tauros Aber es wäre ein toller Anblick Sicherlich wird Da ist noch eins Schnüppel Velo Willst du davon gelaufen Halt, stopp Du bist verhaftet Da ist noch eins Hahaha Der Tüter da So, die gehen nicht ganz gut Oder Pokémon kämpft Übrigens auch Hast du ein Wuffels dabei Oder ein Vulcano Polizist Peter Ist auch so ne Wow Doppel P Ein Vulcano Wunderbar Guter Junge Du bist ein guter Polizist Du hast einen Vulkan dabei Sie bedrohen sich gegenseitig Aber ich habe einen sehr vertiefen Nassschweif Mit Step Und Wasser Und alles Ey Was denn Ich habe nichts gegen den Namen Peter gesagt Ich fand das nur mit Polizisten Die lustige Kombination Schnüpper Willu Da macht ihm Skull Geht der Plot weiter Da ist noch eins Lupavelu Das müssten alle sein Okay Heile mich kurz Ich meine wegen des Vulcanoes Und für Wuffels Was denn Das sind beides 2 Hunde Pokemon Hunde Pokemon Passen gut zu Polizisten Bin die Alvia da Oder bist du ja Meinem ist Alvia da Das habe ich dir zu verdanken Ich weiß gar nicht was sagen soll damit Hast du einen riesigen Gefallen getan Erzeichen meiner Dankmacht Schenke ich dir dieses Muskelband Yay Für Kampfattacken Und 1500 Dollar Nevermind Nein Ich liebe meinen Bus über alles Yay Bum, 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 bum. Nein, unsichtbarer Bahn. Ich kann nicht durch. Ich bin mal oben gekommen. Juh, was geht? Ich nehme nochmal ein... Ja, halt ich alle mit. Juh, das ist unser Busstab. Wer nicht hören will, muss es fühlen. Immer nicht aggressiven Leute. Ja. Jo, ich bin Team Skull-like-Boss. Team Skyrubel voll dich heraus. Und du's da. Jo, ist auch ein cooles von deinem Pokémon. Bäh, Bedroher. Und du hast kein Bedroher. Was geht? Ich verliere das nie. Doch. Verloren, aber uns ist üblich. Ich lasse gleich mein Büro hier antreten. Ist mir schnuppel, wie stark du bist. Im Kampf bringe ich meinen Move den Twist. Okay. Ich habe mir gerade richtig vor, wie in den nächsten... Wenn ich den 8 wieder angediesen wird, dass das Arenen, das neue Features sind. Und miss. Ach, Garados. Bitte auf zu missen, danke. Äh, Kung-Fu-Strahl. Bam. 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 Willkommen, George. Danke. Ich bin froh über die Arenen, das stimmt. Ich bin auch... Ich mag Arenen auch mehr. Mehr. Krass, die Busseite wiegt ihr so viel wie ein Geowatz. Ja, das ist ein schweres Pokémon aussuchen kann. Keine Hände, kein Bus, Klaro. Wir wollen die Busfahrung gefallen tun. Mann, ey, jetzt ist meine Laune im Eimer. Komm, ihr günstungslauten Leutner. So. Jetzt kommt durch der überkrasse Plot-Twist. Kukiri. Also, wir waren jetzt... Nachdem er uns gesagt hat, er geht schon mal zur Bushaltestelle und wartet uns auf uns, waren wir in der Bibliothek, in der Arena, haben mit den Müllleuten gesprochen und die Reine durchgekriegt. Und jetzt kommt er an. Und er soll da auf uns warten an der Bushaltestelle. Warum, Nintendo? Er hätte auch sagen können, wir treffen uns an der Bushaltestelle, dann wäre es okay, wenn er jetzt erst kommt. Hm? Mitdenken! Mitdenken. Eben sind zwei Typen von Team Skull an mir vorbeigerauscht, die dann ziemlich fertig aus. Hast du sie in die Schranken gewiesen? Dein Talent solltest du dich als Vorausforder in der Pokémon-Liga versuchen. Herausforderer. Also, es ist zu seiner Zeit. Aber jetzt kommen wir mit dem Bus zum Giffel, du Hakuna-Karp-Berg. Schneller als der Himmel wird in die Schlüfte kaputtieren, würde er. Wenn ich die Heilschule anstelle, das ist übrigens so ein Feature, was ich auch im echten Leben haben möchte. Ich breche die Heilschule an und... Der Bus ist da. Guck mal, ich bin zu Nissen. Ja! Hier drüben! Der Alokan ist der zweithöste Berg der Alu-Region. Und du willst so bestimmt wissen, welchen Berg der Höchste ist, was? Der Alenten. Schau mal da drüben, Tiberium. Du kannst jetzt mal diesen Berg da hinten sehen. Das ist der Maungleka, der höchste Berg Alu-Region. Gerade gebaut wird, wie man sieht. Ein heiliger Ort. Das ist mit den Ligen-Diam-Pokémon, als es verkörperte Sonne gilt, am nächsten. Genau auf dem Gipfel des Maungleka, wer soll die neue Pokémon-Liga entstehen? Wenn die Trainer früher ihre Inselmannschaft beendet hatten, traten sie auf dem Gipfel des Maungleka gegen Inselkönigen an, um zur Inselmannschaft Champ zu werden. Möchte sie die Tradition Aloas bewahren als einen Champ vorbringen, der eine ganz neue Welt erkannt wird. Deswegen sind eine Pokémon-Liga entstehen, wie die von würdigen Top-4 verteidigt wird. So kann der Insel-Winsel-Watterschaft Champ zu einem weltweiten, da kann er kein Schwert mehr einhemd werden. Und ein Champ wird die ganze Welt erfahren, wie toll, dass die Trainer am Pokémon Alu-Liga sind. Hier, shut up and take my money, Rotor, Dex. Klar. Weil der leuchtet sowieso gerade so bekloppt, da kann man ja mal kurz draufklicken. Was ist denn so bad? Ah, Pibon. So, jetzt fangen wir ein paar Pokémon. Danke. Jetzt wieder. BAM, 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 BAM. BAM, BIT IS AWESOME. So. Ähm. Genau. Hier gibt es ein paar Pokémon, die ich fangen möchte. Jetzt nicht für Sims, sondern einfach nur mit dem Tab. BAM, 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 BAM. Und der ist das übelste, mega krasse, super duft. So. Also mit mir ist es schon dunkel, ich habe ein Spiel auch gleich. Hier ist ein Dito. Okay, das will ich nicht haben. Ich habe hier schon mein Banditos. Ich nehme mal kurz die CTM noch mit. Volt wechseln. Volt wechseln. Nice. Nice. BAM, 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 BAM. Okay, jetzt gibt es ja auch ein neues Pokémon. Ich weiß es nicht so häufig ist. Okay, das gibt viel gibt es hier auch. Yay. Das ist leicht OP, also ihr müsst ja krass, das ist super. Haha. Na komm. So. BAM, 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 BAM. Ich nehme mal ein anderes Pokémon an die Spitze. Dann geht er schlinder, weil nicht immer der Bedroher trickert. Dann geht er schlinder, dann geht er schlinder, dann geht er schlinder. Dann geht er schlinder, dann geht er schlinder. Ich möchte nur ein Pi haben und ein Pi-Pi. Ah, in die Tür. Okay, neuer Versuch. Ein Tarnhill. Okay. Bam, 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 bam. Lol, fang gerade drei. Ja, Schlaf, Schlaf, Bruder und Bälle. Aber ich weiß, es gibt's hier und ich will eins fangen. Und es sollte weiblich sein. Oh Gott, so viele Ansprüche. Wobei, es kann auch männlich sein. Scheiß drauf. Es kann auch männlich sein. Das war Intel Insight. Genau, Intel Insight. Ja, Intel Insight ist ein guter Name für Metacross, ja. Ich bin so froh, dass ich ihn gefunden habe. Bam, bam. Ja, ja. Na komm schon, schon wieder das Vieh. Nachts gibt es ein guter Absol hier, das sag ich mir auch, ich will auch ein Absol haben. Na die Vokummon, die ich mir gerne fangen möchte, noch zuschauen benennen, das kommt ja nicht ins Team, aber ich möchte sie trotzdem haben. Ach komm schon. Hi Pexelfreak, so gerade noch ein Pi, beziehungsweise ein Pi-Pi. Und die gibt es hier. Und wie soll es warten? Hast du alles im Team? Nichts besonderes. Das Medbow, das Vieh, Garados, Wable Rock, den Feuerstarter und halt Pamparos. Das war's. 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 Das war's.